Sven? Ich hab die Bullshit mit Sven? Sven, ich hab die Bullshit mit Sven, ich hab den Kauf! Look at my life! Look at my life! Feel my pain When it comes to me and you were not the same This is so far from a jam Was? Nein, wir haben nur Krabbenquörber Ich hab Krabbenquörber Ich hab Krabbenquörb seinen ausgefunden Ein Bargeld Krass Drass, 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 Drass Drass, 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 Drass Dann halt nicht Warte mal, wer ist das hier? Weil du hast das sogar weggeworfen Munition War das gleiche Traitor, die du weggeworfen hast? Ja, klar So ganz random Hä? Hallo Janik Hallo Äh, ich hab ein Spiel über der Kontrolle Ah, ich hab mich schon lange nicht mehr über Nee, mein Boss geht nicht Fallenfischen Ah, jetzt Er kommt jeden Fallenfischen WG Ein Krabbenquörber Bitte Neue, man kann zum Jump Bucket rüber Ich will Krabbenquörber Aber du kannst doch nicht rein Nein Nee Und zwar war das Draft Oh, nein Oh, hier sind so die hier sind so diese äh diese Angelhaken Oh, ja, Kinder hin Weißer Das hier nur Traitor sagen Was geht da hin und beißt rein Ja, wie gesagt Das hier wird gleicher sein Kann man den auch machen? Ja Bestimmt als Treter Was fällt es heraus? Weil wir Wenn wir ein Fingas sein Kannst du drücken Also ich muss das sagen Die mehr bisher echt nice Ja, muss ich auch sagen Ich erkundet sie zwar dann für dich Quallenfischen Quallenfischen Genau, die Quallenfischen Wir gehen Wo seid ihr so? Wollenfischen Ich bin auch in der großen Krabbe Ich versuche gerade das Übergere Zettbrauch Hi Warte, ich helfe dir Gibt es eigentlich einen Straßennamen für die Straße Oh, da muss der Draßraum wieder Werbung machen Weiß ich da gar nicht Ja, echt mal, ne? Das ist auch Schlimm, Alter Ja Ich bin auf dem Quallenfeld Wow Oh, da wurde der Ja, ich kann drüber mal Aha Hinter mir Hälkei heißt es Wer? Chiggy oder wer 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 Hälkei oder mirgock Ich habe ihn Krasse Grappe Nein Pizza Oh, schnell durchziehen Pizza Alter ist die Waffe scheisse Bumerangern Nein Scheiße Oh man Ich wollte denn Scheiß Bumerangern werfen Was mache ich es ist so dämlich was mir schon wieder passiert ist ich will die scheiß ich will das ding ist halt einfach ihr wart da so perfekt im line up dass ich euch alle weg geholt hätte und beziehungsweise zwei mindestens die dicken schlüssel ist nicht wahr doch die schüsse wirst du das bist du das ok also es wird bei mir irgendwann ein best-off geben wo 20.000 runden drin sind aber es war seine allerkürzesten runde das war ein weltrekord in der schnellste runde das ist einfach es ist einfach weltrekord das bezweifle ich das bezweifle ich ja nicht er hat mich lieb er macht dir die runden kaputt ja ich bin traiter immer wenn ich traiter bin kommt auf die idee was gab sven was machst du denn ich dachte du bist wie ein plasma auf mich nein warum sollte ich das war eine he von mir im übrigen also der traiter ist hier runter geflüchtet wer war das draston oder draston hey 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 stopp ich spitze nicht ich spitze nicht doch draston ist es nicht das ist natürlich bitter also ich hab schon zwei leute gekillt also das war das hey nein komm komm gar nichts hä dann mach doch ein headshot was denn los dann mach doch naja also ich bin es tatsächlich nicht nur so yeah das würde ich jetzt auch sagen ja kein scheiß kein scheiß also ich hab noch ganz ganz viel hp ich weiß was dir passiert ist nein weißt du nicht ganz sicher ganz ganz sicher ganz ganz sicher junge was hast du jetzt gerade im trader shop gekauft ich hab gar nichts mit trader shop gekauft ich bin es nicht man ja genau warum gehen jetzt anderen tut es dann nicht das ist voll eins auf die keule er gebe voll einen übern töd alter oh man steht er auf dem baseball schläger dhl drauf fand ich doch nicht ich wollte gerade sagen aber ja nicht warum hat sich der sniper shot eigentlich nicht gekillt die ersten zwei oder drei weil du in den kopf schießen musst damit ehrlich ja 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 ok wow das wusste ich gar nicht alter das ist doch nicht normal außerdem hast du nicht so viel karma du machst nicht mehr so viel schaden jetzt sowieso nicht mehr jetzt sowieso nicht mehr ich habe jetzt recht hier aneck macht nur noch 70 prozent schaden oder sowas ja ja wo sieht man das ja karma ja karma siehst du das Sven läuft doch in meine hee rein ich glaub es hört nicht rein du hast mit ihr ich hab die runter geworfen und du rennst da rein nö 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 Sven 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 ich hab dich nur nicht gewarnt weil ich das lustig fand ich hab dich nur nicht gewarnt weil ich das lustig fand zwei speedruns von Sven hör auf auf dich zu schießen ey ich hab das glas hier geschossen oh ho 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 hallo ich geh jetzt in mein büro könnt mich alle mal ich fern da bitte werd die hae geworfen doch war knapp alter er soll wieder scheiß werbung machen alter sorry ich musste kurz mal whatsapp antwort ich hab hier krober magneto stick und holster so mehr habe ich alter ich mach nur das glas hier kaputt hör dir mal auf mich zu schießen ich mach doch gar nicht wo ist deine waffe hier hier in seinem bauch willst du mich nee ehrlich nicht da krieg ich besseres ah drassen es ist ha nee ja genau das ist ja hier alles wenn es eine gleiche ist wenn es Sven 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 sehen aha wald bist du das wieder ja einer hat am hahn gedrückt einer hat am hahn gedrückt ich glaub eher was das das hahn ist einer am hahn gedrückt Sven Sven ich weiß nicht wir gucken auch noch bei mir hallo ey Sven Sven war's nicht Sven war's wirklich nicht ich war von mir ich war von mir ja nee aber als trainer kannst du da irgendwas machen ganz ehrlich ich hab's geschossen einer der übrig bleibt ok alles klar ich wollte grad sagen ich kann dir jetzt voll vertrauen du Reuniger ja zack ja Sven Sven ist der Sinner Sven ist der Sinner Sven ist der Sinner ich hab's jetzt noch nicht erschossen weil ich mir schlechtes gewissen hatte boah ey Sven warum bist du auch noch mal schweckt ja mein Vater äh vorletzte Runde easy oh Junge 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 wir wollen auch mal wieder Traitor sein wir wollen auch mal wieder Traitor sein ich weiß nicht ich nicht so Sven wohl das ist das hält ziemlich oft Sven wird sieht's auf zBV ich fühl Traitor irgendwie nicht so Sven wollen wir den Tampo was an der Wahl ist also sollten wir Sven einfach weg machen preventiv meint ihr meinet ihr ja 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 ich steig jetzt in den Bus ein und fahr nach hause ich hab keine brauche mehr ja ciao bis die tage unter janik steht trigger happy alles klar einfach janik töten jetzt habe ich warte ich streiche drüber ich gehe jetzt geht es doch so werden hier nicht und so ein ja weil du macht uns okay es wenn es benötigt uns Sven hat uns gekillt. 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 Echt wahr. Mirko wurde der Chancen von der Lokomotive. Echt? Oh, Mann. Tricky, mach was! Hilfe! Ich kann da nix machen! Ich kann da nix aufheben! Mit E! Was? Ach so! Ich hab die Lokomotive und der verkackt sein. Oh, Junge! Ich stehe da so die ganze Zeit zu bau. Ich denk mir so, ne. Guckst du, wie man das aufhebt! Hast du wieder random tippen? Ich will das aufheben. Ja, und der ist so dummes aufzuheben. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich wollte eigentlich, dass er es aufhebt. Detective Janik am Start. Und du wolltest weg. Ja. Mirko tut mir leid, aber du hast uns ein Deal mitbeobachtet. Nee, ich denke, ich hab's gar nicht gecheckt. Ich hab's richtig gecheckt. Egal. Aber irgendwann wärst du draufgekommen, als du warst aufgezeugt. Du musstest weg. Das ist einfach nur frech, was du aufgeteilt hast. Du musstest beseitigt werden. Ja. Wo ist eigentlich Patrick sein Stein? Ach, da drüben. Hier. Nee, im Sportsbox House. Der kannst du nix machen, der ist leer. Ja. Okay, wofür gibst du den goldenen Schlüssel? Der ist für mich auch schon gefragt, tatsächlich. Sportsbox House vielleicht? Wahrscheinlich irgendwo. Wohin? Ich glaub eher bei Mr. Krabs, oder? Ja, safe vielleicht. Ja, warte mal. In der Serie ist doch hier hinterm Bild. Da ist ein Geheimformel. Da ist ein Schloss. Boah, wer jetzt Traitor ist der. Okay. Die geheime Formel? Die geheime Formel. Die geheime Formel. Die geheime Formel. Oh, wartet mal. Wartet mal. Hilfe. Alles klar. Ich weiß, was noch eine geheime Formel macht. Ich hab sie. Haha. Hier. Nein. Nein. Ich wollte auch Werbung machen. Alter. Was ist? Ah, also Trashan ist es, oder? Ja, glaub ich auch. Ist sie okay? Nein, das ist gelogen. Das ist gelogen. Also wer das jetzt überlebt? Nur wie viel? Ich hab's überlebt auf jeden Fall. Nur wie viel? Und ich wusste nicht mal, was das ist. Okay, also das ist jetzt. Wer ist das? Oder? Ja, also wenn Trashan, wenn wir Trashan sehen, was schießt mir das? Ja, der ist kalt. Hier sind die Zeileichten. Also jetzt krieg ich hartige Stoffe, Befürchtung, dass das Waldo ist. Fick dich. Du sagst das nicht. Das ist ne Fake-Leiche, ohne Scheiß. Was soll die Kacke? Okay, das ist Yannick. Yannick ist Müll. Entschuldigung. Oder? Ja, ey. Oh mein Gott. Aua! Tschüss. Tschüss. Tschüssi. No. Tschüssi. Tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020